Oh Gott, da kommt ein Creeper. Das ist natürlich ungünstig, ne? Scheiße, 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 Problem. Problem, ganz fettes Problem. Wie viele Hunde zähle ich? Eins, zwei, drei. Ich habe auch kein Fleisch mehr, was ich denen füttern könnte. Doch einen habe ich noch, einen Schlägel. Wer ist denn halbtot? Ich glaube, du bist fast reif, ne? So, jetzt muss ich jetzt selber erstmal an meine Gesundheit denken. Oh, oh. Oh Gott, das war nicht gut. Dann schmelzt sich noch zwei Eisen für ein Eisenschwert. Oh, ich habe ja noch Eisen im Inventar. Das hat ein netter Zombie, glaube ich, fallen lassen. Ich habe ein Eisenschwert, ich habe drei Hunde und, äh, ich habe Angst. Angst, ja, die habe ich auch. Ich nehme mal meinen Crafting Table mit. Oh, hier waren wir aber. Ich hole mal mein Schwerd raus. Oh, fuck, ich habe den Inventar nicht gesehen. Fuck it. Was sind meine Hunde? Schaffen die es da raus? Nein, die schaffen es nicht da raus. Das finde ich nicht gut, dass sie das nicht da raus schaffen. Hundis. Ich will, dass meine Hunde mit mir kommen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie irgendwann mir folgen werden. Ja, tun sie. Ha, es regnet. Es regnet nicht, es regnet, es regnet nicht. Ich stehe so an so einer Biomgrenze, weißt du? Ja. Und weil es in der Wüste nicht regnen kann, regnet es hier einfach nicht. Ja. Das ist ultra cool. Vor allem das Biom ist, keine Ahnung, drei Blöcke breit. Der Wüstentempel, den ich noch nicht gefunden habe, ist von dem ersten Wüstentempel rund 800, äh, 760 Meter weg. Okay. Gleich mal. Nee, es ist weiter. Es ist weiter. Ich muss gleich mal gucken. Ich bin nur etwa bei dem. Da sind mir jetzt viele Monster und ich hoffe, es wird bald Tag. Oh, oh, oh. Oh Gott, meine Hunde, meine Hunde. Okay, sie leben alle noch. Es wird Tag. Ja, hoffe ich doch. Ja, wird's auch gut. Gott sei Dank. Puh. Hm, das ist ein Steinplateau. So was habe ich auch noch nicht... Aua! Voll gegen den Kaktus gerannt. Wunde, haltet euch von den Kakteen fern. Bitte. Danke. 820 Meter von Wüstentempel 1 zu Wüstentempel 2. Das ist viel. Ich bin schon ein Stückchen gelaufen. Ich bin auch eine ganze Ecke gelaufen. Hier ist echt so ein großes Steinplateau. Wo teilweise, glaube ich, Gras wächst tatsächlich. Ich will endlich ein Wüstendorf finden. Au. Oder auch mal ein Dorf. Au. Au. Ey, Spinne, was tust du? Warum greifst du mich jetzt an, jetzt wo es Tag wird? Ich glaube, hier geht es einfach nicht weiter. Oh, Mann. Derbe. Das ist nicht gut, dass du stirbst. Ich hoffe, meine Hunde sterben nicht. Die sehen nämlich gar nicht so glücklich aus. Aber ich kann einfach nicht helfen, weil... Ich habe nichts zu essen für die dabei. Ich bin froh, dass ich für mich ein bisschen was zu essen habe. Ich bin froh, dass ich für mich ein bisschen was zu essen habe. Ich muss mich mal kurz am Arm kratzen. Ah, Hilfe, Regen. Get. Get, 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 get. Regen. So, von da kam ich ja. Dann wollte ich wieder Richtung Süden und dann nach Osten und dann müsste ich eigentlich daheim sein. Vielleicht habe ich auf dem Weg dahin ein Dorf gefunden bis dahin. Ich glaube zwar nicht dran, aber man sollte die Hoffnung nicht aufgeben. Ne? Ja, ja. Begeisterung, Begeisterung. Ich so fast gestorben bin. So, also, im Norden war nix. Toll. Gehe ich halt in den Süden. Äh. Wenigstens sind hier keine Creeper. Das würde mir nämlich jetzt noch fehlen. Hier sind die Hündchen. Ah. Auf dem richtigen Weg, weil hier sind die Hündchen, die du... hast. Nein. Die Hunde nicht sterben. Du hast einen Waypoint-Kühe gemacht, oder? Ja. Soll ich dir sagen, wie die Konraden sind? Nee, nee, ich habe die Kühe hier gefunden. Ich habe ja nur keinen Weizen. Nein. 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 Doch, mal Hund. Ein Hund ist tot. Was hat er getan? Kaktus. Dummheit. Selbstverschuldete Dummheit. Jetzt habe ich noch den Kleinen und den Großen ein. Aber der eine Große ist halt tot jetzt, ne? Standen. Ich laufe auch noch voll auf einen Kaktus zu. Macht Sinn. Hier ist ja echt... Hier ist ja echt... Ups. Noch ein Kaktus. Nichts los hier. Kein Wüstendorf. Und so. Boah. Ich sehe unsere Heimat. Endlich. Jetzt komm, kurz vor zu Hause kommt, ist ein Creeper angesprochen. Tod. Ich glaube, im Dschungel ein Dorf zu finden... Äh, nicht im Dschungel. Im Sumpf ist unwahrscheinlich, ne? Weiß ich nicht. Es läuft alles ins Gesamt, ins Gesamt, ins Gesamt. Mein Hund guckt aufs offene Meer hinaus, so Richtung Dschungel. Äh, Sumpf. Und bellt. Da habe ich aber kein Interesse, hier jetzt da hinzugehen. Kommt ihr. Hat das auch irgendeinen Sinn, dass die bellen, oder? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass es jetzt regnet. Und ich hoffe einfach mal, dass man dich trotz Regen noch hört. Sehen wir dann. Da unten ist wieder eine Ebene. Oh, hier sind Schafe. Oh, ich habe genug Wolle für ein Bett. Ich habe nur kein Holzfeld mir gerade auf. Ah, denn diese ganzen Hühner jetzt hier draußen. So, ich habe mir jetzt ein Bett gecraftet. Hallo? Willst du das nicht mitnehmen? Da hat Ruhe weg. Ich würde euch ja gerne was zu essen geben, aber die Schäfin geben kein Essen. Aber sollte ich noch mehr Hunde finden, dann werde ich die zähmen, weil ich habe jetzt wieder Knochen. Hoch da. Noch ein Steinplateau. Das sieht sehr interessant aus. Oh, Kühe. Tut mir leid, dass ihr sterben müsst, aber... Meine Hunde brauchen Essen. Was werfe ich denn mal weg? Ich werfe mal das... Mal... Ah ja. Ich weiß schon. Meine Eisenspitzhacke. Meine super Eisenspitzhacke. Bleib stehen, Kuh! Stirb! Oh, oh, der eine Hund. Und... Äh... Ah, die eine Kuh muss ich noch töten. Und dann paaren sie sich vielleicht. Jawohl! Sie paaren sich. Ich habe wieder drei Hunde. Da ist der kleine... Der kleine Pupser. Es war ein bisschen verwerflich, dass der eine Hund das Kind von dem anderen war, aber... Keiner hat was gesehen. Im Zucht. Keiner hat was gesehen. Nur die auf YouTube. Boah, krass. Davon muss ich erstmal ein Screenshot machen. Sehr schön. Sehr hübsches Bild. Ah, ich könnte mir auch mal... Da hinten sehe ich Kürbisse, glaube ich. Ah, sehr schön. Ja, sind Kürbisse. Da ist ein Lavasee. Der erste Wüstentümpel... Wüstentümpel, ja. Wüstentümpel ist 450 Meter von uns weg. Der zweite, den ich entdeckt habe, ist 1300 weg. Ja. Oh, wir stehen im Baum. So. Ich gehe mal in die Richtung. Oh. Ah, ich muss doch übers Wasser. Ich muss eh da lang. Ich werde vielleicht irgendwann nochmal ein Dorf finden. Bevor unsere Staffel rum ist. Nein. Doch. Da finde ich eins. Siehst du, er sagt auch nein. Nein. Ich schmeiße erst mal ganz viel Zeug in die Kiste rein. Da ist eins! Ich hab's. Was ist das? Angst. Fichten! Es ist sogar ein großes Dorf, glaube ich. Mit fünf... Mindestens fünf Feldern. Ich denke mal, wenn das fünf Felder hat, dann hat das auch eine Schmiede. Dann mach ich dir auch mal gerade einen Waypoint. C. Dorf. Sehr schön. Na du? 14 rohes Hühnchen gegen eins im Maragd. Das könnte man mal überlegen. Na du? Bleib mal stehen! Ich will... Ich... Hey! Ich will dir nicht wehtun. Eins im Maragd gegen vier Brote, du. Hast sie wohl nicht mehr alle. Jetzt müsst ihr ihm doch wehtun. Nein. Ich doch nicht. Nein. Gibt's auch vergammelte Kartoffeln? Really? Giftige Kartoffeln! Es gibt giftige Kartoffeln! Krass! Die will ich behalten. Was schmeiß ich denn dafür weg? Ich schmeiß dafür weg! Nee, warte. Ich esse mal das Hühnchen. Uh, uh, das sieht ja schick aus. Das Tropenholz. Das eine Hühnchen geb ich meinem Hund zu essen. Dann halt nicht. Dann halt hier. Nee, du auch nicht. Willst du? Ja, der wollte. Ich tu mal den eigenen Dings zu zerstören, bevor die sich wieder, äh, furchtbar dran verletzen. Ich hab Kartoffeln, falls ich es nicht schon erwähnt habe. Ja, das hast du erwähnt. Ich hab auch gleich Karotten. Haben wir eigentlich schon einen Sattel in der Truhe? Nee, ne? Nein, 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 nein. Das war ja gestern. So, wir haben auch Karotten. Karotten. Und mehr Kartoffeln. Und ich klau noch ein paar Bücher. Und ich klau noch mal.